So, wir wollen in diesen königlichen Ortellerie teil. Ich dachte, ich habe das Klösser noch. So, suchen wir noch ein bisschen was für ein Geheimnis. Aha. So, brennen wir wieder in den Kanal rein. Ist aber gleich ganz praktisch. Da können wir nämlich dieser blöden Ortellerie ausweichen. Ja. 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 Ok Wo ist das Kartenhaus? Oh So Gilman's Kartenhaus All the things going on here that defy explanation Nazis are performing some kind of experiments on the patient's surgical Get out! Get out of here! What are you doing? Help me out of here! What the d*** Yeah, not to spend the time Yeah, not to spend the time Oh, I'll get out of here What's that? Please don't kill us The US doesn't exist The orange galgen So So What are the gates? Check out Check out It's a bullet It's a lovely girl This is Oh Ja, Telefon. Kann ich jetzt nicht. Ja, wir haben irgendwelche unzesperren Nazi-Soldaten oder was auch immer es ist. Oh, der ist hinten auch alles her. Oh, mein Gott. So, der Ton. Oh, Gold ist immer gut. Gold im Krankenhaus. Ah, jetzt nerven mich alle. Hm, wie komm ich jetzt hier rein? Schutzschild? Nee. Also, ich muss definitiv für lange. War schon mal so auf dem schieses Schutzschild durch. Da gibt's bestimmt den Schalter irgendwo, der das anstellt. Oh, Gott. Das ist leer, hör auf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hierug spin. Das ist das Problem. Das ist ein Problem. Ja, die Zeit ist schon wieder fast rum, wir werden jetzt einen Weg versuchen, hier durchzufinden. Ja, irgendwie. Ja. 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 Ja.